Wenn Sie sich dieses Video bis zum Schluss ansehen, erfahren Sie, wie Sie jeden Tag bis zu zwei Stunden bei der Beantwortung Ihrer Post einsparen und gleichzeitig die Kommunikation mit Ihren Kunden, Interessenten, Partnern und Mitarbeitern nachhaltig verbessern. Bei mir funktioniert das schon lange und bei Ihnen vielleicht schon ab heute, aber schauen wir uns an, wie alles begann. Mit dem Telefon beginnt das Kommunikationszeitalter. Mit dem Anrufbeantworter können wir uns jetzt austauschen, ohne uns direkt zu erreichen. Mit dem Mobiltelefon sind wir immer und überall erreichbar. Alles wird schneller und effizienter. Zur Sprache kommen jetzt Textnachrichten und machen unsere Kommunikation kurz, knapp, aber auch unpersönlicher. Das Internetzeitalter bricht an. Per E-Mail geht alles schneller. Rund um die Uhr. Empfangen, Senden, Weiterleiten. Immer neue Online-Communities öffnen, weitere Kanäle, schreiben, lesen, empfangen, antworten, überlegen, formulieren und weiter. Immer weiter Stresshektik, immer hollere Postfächer, Druck und... Wie soll das enden? Die Lösung heißt italk24. Ein weiteres revolutionäres Marketing-Tool von Norbert Kläuber. Die Evolution der Kommunikation ist die Verbindung aus den Vorteilen des Internetzeitalters mit der klassischen Kommunikation. Sprechen statt Schreiben ist das Motto. Denn was uns immer auffällt, ist das lästige Formulieren in Schriftform. Mit italk24 können Sie schon heute viel Zeit einsparen. Italk24, eine einfache Software, von jedem bedienbar, keine Installation, einfach online anmelden und loslegen. Sie können eine E-Mail schreiben? Dann haben Sie genug technisches Verständnis, um mit italk24 zu arbeiten und Ihren Erfolg durch bessere Kommunikation nachhaltig zu steigern. Das gesprochene Wort ist stärker als das geschriebene. Modulation, Betonung, Satzbau und Stimmung machen über 50% der Kommunikation aus. SMS und E-Mail können da nicht mithalten. Sie sparen in Zukunft unzählige Stunden bei der Beantwortung Ihrer Post. In dieser Zeit können Sie wieder Ihre verdiente Freizeit genießen. Sie gewinnen mehr Aufträge durch schnellere und bessere Kommunikation. Ihre Gewinne steigen, erfüllen Sie sich damit Ihre Träume. Das persönliche Wort schafft Vertrauen. Sie genießen damit ein besseres Image bei Ihren Gesprächspartnern. Ein Top-Image ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft und ein Marktvorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern. Testen Sie es doch einfach heute noch für nur einen Euro. Ich schaffe Vertrauen. Durch die Verbindung von der Sprache mit dem Foto kann ich im anonymen Internet endlich wieder eine persönliche, zwischenmenschliche Ebene herstellen. Die Lösung ist auch sehr einfach zu bedienen. Ich klicke auf einen Button, spreche die Nachricht auf und verschicke die mit einem weiteren Klick. Fahre ich locker eine Stunde am Tag. In dieser Zeit verdiene ich so viel Geld, dass sich die Software bereits nach zweieinhalb Tagen amortisiert hat. Und das zu formulieren schriftlich fällt immens schwer. Das eben mal runter zu sprechen ist ganz leicht. Also ich habe eine persönliche Note, ohne dass man jetzt mit den Leuten da hin und her telefonieren muss, weil das ein unglaublicher Zeitfresser ist. italk24 hat mich hundertprozentig überzeugt, weil ich nun einfach besser verstanden werde. Und zack ist die Nachricht aufgesprochen und verschickt. Schnell und effizient. Und so schaffe ich am Tag einfach wesentlich mehr. Ich habe vorher noch nie so schnell und effizient meine E-Mails bearbeitet. Zunächst ist italk24 auch für einen Techniktummy wie mich kinderleicht zu bedienen, sodass eine Sprachnachricht ruckzuck verfasst und versandt ist. Dann zweitens kommen die Sprachnachrichten richtig gut an. Mal ehrlich, was raubt uns die meiste Zeit? Finden Sie sich in folgenden Gedanken wieder? Wie formuliere ich das jetzt am besten? Habe ich das richtig geschrieben? Entspricht das so der aktuellen Rechtschreibung oder sollte ich besser nochmal nachsehen? Ach, vielleicht sollte ich nochmal ein Smiley setzen, damit rüberkommt, dass ich das humorvoll meine. Hoffentlich versteht sie das richtig. Ja, ich lese mir das besser nochmal durch. Ich weiß nicht, der Satzbau klingt irgendwie komisch. Während wir uns diese Fragen stellen, ist die italk24 Nachricht bereits verschickt. Im Vergleich zu anderen Lösungen brauchen Sie bei italk24 nicht auf den Sitz Ihrer Haare zu achten oder die Hintergrund aufräumen. Und dennoch können Sie aktuelle Angebote, Ihr Firmenlogo und verschiedene Hintergründe für verschiedene Lebens- und Arbeitsbereite nutzen. italk24 ist Ihr persönliches Schaufenster. Italk24 ist die einzige Möglichkeit, mit derart geringem Aufwand die beste Kontaktpflege zu betreiben. Es ist gar nicht möglich, mit 100 Menschen am Tag einen kurzen Plausch zu halten. Nicht jeder ist erreichbar, manche haben ein übergroßes Mitteilungsbedürfnis und stören will man auch niemanden. Eine kurze persönliche Botschaft aus der Stimmung herausgesprochen, ist immer drin und einfach verschickt. Schritt 1. Öffnen Sie italk24 in Ihrem Internetbrowser. Sprechen Sie Ihre Botschaft und beenden Sie die Aufnahme mit der Stopptaste. Schritt 3. Klicken Sie auf Nachrichten-Link, um den Link zur Nachricht in den Zwischenspeicher Ihres Computers zu laden oder auf Versenden, um direkt eine Versand-E-Mail einzugeben. Schritt 4. Nachrichten-Link. Fügen Sie Ihre Botschaft einfach in die E-Mail oder die Antwort ein. Egal ob in Outlook, Sing, Facebook, LinkedIn, Google Plus oder wo auch immer Sie kommunizieren. Einfach, schnell, hocheffizient. Und wenn Sie mögen, legen Sie sogar einen Sendetermin fest. Noch heute können Sie Ihr Postfach lehren, entspannen und das Gefühl genießen, endlich wirklich Feierabend zu haben. Ab heute können Sie jeden Tag bis zu zwei Stunden bei der Beantwortung Ihrer Post sparen und für wertvollere Dinge nutzen. Ab heute können Sie Ihre Auftragslage nachhaltig durch effizientere Kommunikation verbessern. Für kurze Zeit können Sie alle Vorteile für nur einen Euro testen. Starten Sie heute noch. In wenigen Augenblicken können Sie bereits loslegen. Viel Erfolg mit italk24!